Eine Überdruckbelüftung ist eine lüftungstechnische Anlage, die in einem bestimmten Gebäudeteil einen Überdruck erzeugt. Dies kann folgende Gründe haben, betreiben von Reinraumabteilungen zum Beispiel Chipfertigung, Operationssälen in der Klinik, Unterstützung der Feuerwehr im Brandfall, ABC-Schutzanlagen. Das Gegenteil zur Überdrucklüftung ist die Unterdrucklüftung. Sie kommt zum Einsatz, wenn verhindert werden soll, dass Stoffe einen Raum verlassen. Reinraum In Reinraumabteilungen werden Überdrucklüftungen eingesetzt, um das Eindringen von verschmutzter Luft in die Fertigung zu vermeiden. Die durch die Lüftungsanlage in den Raum geförderte Luft wird vorher intensiv gereinigt. Dies gilt auch für Operationssäle und Intensivstationen. Feuerwehr Als Anlagentechnischer Brandschutz von Sicherheitstreppenräumen und für Feuerwehraufzüge wird ein Überdruck erzeugt. Damit die Rettungs- und Angriffswege in Gebäuden gegen Raucheintrag geschützt sind. Durch die DIN-ON 12101-6 zu 2005 sind Gebäude in Systemklassen eingeteilt. Es wird ein Differenzdruck von 50 Pascal plus oder minus 10% gefordert mit einem Austausch der inneren zur äußeren Luft zwischen 0,75 Meter pro Sekunde und 2,0 Meter pro Sekunde je nach Systemklasse. Der Differenzdruck darf jedoch nicht überschritten werden, da ansonsten das Öffnen der Fluchttüren nicht mehr möglich ist. In Deutschland fehlt eine einheitliche Definition zum baulichen Brandschutz. Entscheidend für den Brandschutz im Gebäude ist das Gutachten des Brandschutzgutachters und die Regeln der lokalen Feuerwehr. Bei Überdruckanlagen in Deutschland wird auch von einem Druckdifferenzsystem von Rauchverdrängungsanlagen, Sicherheitslüftungsanlagen gesprochen. In der österreichischen technischen Richtlinie vorbeugender Brandschutz S112 zu 2004 findet sich die Definition Druckbelüftungsanlagen. In der Schweiz werden neue Gebäude nach den strengen Regeln der europäischen Norm 12101-6 im Brandschutzkonzept vorgegeben. Es fehlt jedoch an den konsequenten Umsetzungsvorgaben wie in Österreich. Die Feuerwehr setzt zusätzlich oder allein mobile Überdrucklüfter in Treppenräumen bzw. Rettungswegen ein, um diese schnell von Rauchgasen zu befreien bzw. rauchfrei zu halten. Fleischdecken In Fleischdecken in Supermärkten wird vielfach auch eine Überdruckbelüftung gefordert, um zu verhindern, dass Keime aus dem Verkaufsraum in den Bereich der Fleischdecke gelangen. Es soll also ein beständiger Luftstrom erzeugt werden, der aus dem Fleischbereich in den Publikumsbereich strömt. Militär Das Militär setzt Überdruck in ABC-Schutzanlagen ein, um das Eindringen von Schadstoffen zu verhindern. Das Militär